Es war einmal ein König, der schrieb einen Preis im ganzen Land aus. Er lud alle Künstlerinnen und Künstler dazu ein, den Frieden zu malen und das beste Bild sollte eine Belohnung bekommen. Alle Malerinnen und Maler im Land machten sich eifrig an die Arbeit und brachten dem König ihre Bilder. Von allen Bildern, die gemalt wurden, gefielen dem König zwei am besten. Zwischen denen musste er sich nun entscheiden. Das erste war ein perfektes Abbild eines ruhigen Sees. Im See spiegelten sich die malerischen Berge, die den See umrandeten und man konnte jede kleine Wolke im Wasser wiederfinden. Jeder, der das Bild sah, dachte sofort an Frieden. Das zweite Bild war ganz anders. Auch hier waren Berge zu sehen, aber diese waren zerklüftet, rau und kahl. Am düsteren grauen Himmel über den Bergen jagten sich wütende Wolkenberge und man konnte den Regenfallen sehen, den Blitz aufzucken und auch schon fast den Donner krachen hören. An einem der Berge stürzte ein tosender Wasserfall in die Tiefe, der Bäume, Geröll und sogar kleine Tiere mit sich riss. Keiner, der dieses Bild sah, verstand, wieso es hier um Frieden gehen sollte. Doch der König sah hinter dem Wasserfall einen winzigen Busch, der auf der zerklüfteten Felswand wuchs. In diesem kleinen Busch hatte ein Vogel sein Nest gebaut. Dort, in dem wütenden Unwetter, an diesem unwirtlichen Ort, saß der Muttervogel auf seinem Nest. In perfektem Frieden. Welches Bild gewann den Preis? Der König wählte das zweite Bild und begründete das so. Lasst euch nicht von schönen Bildern in die Irre führen. Frieden braucht es nicht dort, wo es keine Probleme und keine Kämpfe gibt. Wirklicher Frieden bringt Hoffnung und heißt vor allem, auch unter schwierigsten Umständen und größten Herausforderungen, ruhig und friedlich im eigenen Herzen zu bleiben. Willkommen in einer Folge, nach der oft gefragt wurde. Eine Folge über Isolation und soziale und Alltagsverpflichtungen. In den letzten Folgen habe ich ja schon ganz schön ausführlich erklärt, dass alles ayurvedisch betrachtet reine Informationen sind. Und bevor wir anfangen, alles detailliert auseinander zu nehmen, komme ich heute erst einmal zur am einfachsten überschaubaren Situation. Nämlich dem totalen Informations-Overload. Die Basis für so ein Overload liegt eigentlich schon in der Natur unseres modernen Lebensalltags. Wenn du dich zurückträumst in die Felder und Wiesen und Wälder, die wir in all den vorhergehenden Folgen schon durchstriffen haben. Wenn du dich reinträumst in diese Welt, für die unser Körper, unser Geist, unser Unterbewusstsein eigentlich geschaffen sind. In diese Welt, die eigentlich sehr, sehr leise und sehr gut zu sortieren und zu verarbeiten ist für uns im Vergleich. Wenn du dich dann für nur zweieinhalb Minuten träumst auf die größte Kreuzung in deiner Heimatstadt. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie anstrengend unsere moderne Zeit für Unterbewusstsein, Körper und Geist geworden sind. Und mit wie vielen Einflüssen sie jeden Tag konfrontiert sind, auf die sie eigentlich so überhaupt nicht programmiert wurden. Unser moderner Lebensalltag bietet also die ideale Basis für das, was ich den totalen Overload nenne. Und kombiniert mit Alltagsstress, zu viel Arbeit, Kindererziehung, sozialen Verpflichtungen wie Familienfeiern und regelmäßige Treffen mit Freunden, Behördenkram, den Anspruch immer auch schön und repräsentativ auszusehen und so weiter und so fort, all das kombiniert sich ganz schnell zu einem Overload. Overload meint nichts anderes, als dass wir ganz häufig zu viel Input bekommen, mit dem wir uns beschäftigen müssen, im Außen, und zwar Tag für Tag. Wenn du dir vorstellst, dass unser Unterbewusstsein, unser Körper, unser Geist eigentlich für ein Leben in beschaulicher Natur, ohne laute Straßengeräusche, Clubs, Ansprüche von Arbeitgebern und so weiter gemacht sind, dann ist es für dich vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so absurd, dass, wenn es zu einem sogenannten Overload kommt in unserem System, wir für eine Weile den tiefen Wunsch nach Stille, Ruhe und Isolation verspüren. Denn unser System kann und will sich selbst erhalten und wenn es so zugeschüttet ist mit Informationen und Eindrücken, die es nicht mehr bearbeiten kann und die sich staunen, dann will es sich Ruhe verschaffen, um sich zu erholen, sich zu heilen und zu sortieren. Meiner Erfahrung nach kommt es in der Regel während des Burnout-Prozesses mindestens zweimal zum Overload. Der erste Overload kommt meistens zur Zeit, in der dann auch die Diagnose zustande kommt. Wenn gefühlt alles einbricht, was meistens einhergeht mit starker Müdigkeit, Frustration und dem Wunsch, einfach alles, was einen umgibt, abzuwehren. Also so ein bisschen, ja, als ob man andere Menschen einfach nur noch wegbeißen möchte, weil man so überfordert ist mit ihren Wünschen, ihren Ansprüchen, den Forderungen, die sie stellen. Antriebslosigkeit, Verzweiflung spielt meistens eine große Rolle, weil die Informationsflut einfach immer, immer weiter auf die Betroffenen einprasselt und scheinbar nie gebremst werden kann. Und ja, natürlich sonstige körperliche Symptome sowie Nährstoffmangel. Denn ein System, was ständig mit Informationen völlig überfordert und geflutet wird, muss natürlich auch ständig auf Reserven zurückgreifen, die dann einfach auch schneller erschöpft sind, als bei Menschen, die in Ruhe und ausgeglichener leben. Und dieser erste Overload wird auch von Ärzten mit einer Depression verwechselt. Häufig ist es genau dieser erste Overload, der überhaupt dazu führt, dass Betroffene sich Hilfe suchen, zu einem Arzt gehen und dann eben auch erstmal aus dem Verkehr gezogen werden, indem sie sich krankschreiben lassen können. Die Entstehung dieses ersten Overloads, der eben meistens ganz am Anfang des Burnout-Heilungsprozesses steht, wird in folgender Geschichte, wie ich finde, nochmal ganz gut beschrieben. Es lebte einmal ein Mann auf einer kleinen Insel. Eines Tages spürte er, dass die Insel unter ihm zitterte. Sollte ich vielleicht etwas tun, dachte er. Aber als die Insel zu zittern aufhörte, beschloss er, erst einmal abzuwarten. Wenig später brach ein Stück der Küste und fiel tosend ins Meer. Der Mann war beunruhigt. Sollte ich vielleicht etwas tun, dachte er. Da er aber auch gut ohne das Stück leben konnte, beschloss er, weiter abzuwarten. Kurz danach fiel ein zweites Stück seiner Insel ins Meer. Der Mann erschrak nun heftiger. Sollte ich vielleicht etwas tun, dachte er. Doch als nichts weiter passierte, beschloss er wieder, abzuwarten. Bis jetzt, sagte er sich, ist ja alles gut gegangen. Es dauerte nicht lange, da versank die ganze Insel im Meer und mit ihr der Mann, der sie bewohnt hatte. Vielleicht hätte ich doch etwas tun sollen, war sein letzter Gedanke, bevor er unterging. So wie diesem Mann in dieser Geschichte geht es vielen Burnout-Betroffenen auch gerade am Anfang des Burnout-Prozesses. Bevor dieser erste Overload zustande kommt, wenn sich alles gestaut hat im System und es eigentlich keine andere Möglichkeit mehr gibt, für das System, um sich zu erholen, als komplette Ruhe und absoluten Stillstand einzufordern, gibt es ja häufig schon Anzeichen, die häufig ignoriert werden. Denn Betroffene sehen oft nicht, dass sie die Wahl haben, Aufgaben oder Anforderungen auch abzulehnen, ihrem eigenen Wohlergehen zuliebe. Und so staut und staut und staut sich die Informationsflut, bis der Kanal voll ist, sozusagen. Falls du selbst gerade an diesem Punkt bist, also am Beginn deines Burnouts und deinen ersten Overload erfahren hast und das alles für dich ziemlich neu und ziemlich viel ist, dann empfehle ich dir, Staffel 1, Folge 10 zu hören. Denn diese Folge beschäftigt sich mit genau diesem Moment im Burnout-Prozess. Der zweite Overload im Burnout-Prozess ist ganz anders, denn der wird meistens bewusst wahrgenommen. Meistens kommt er zustande nach der ersten Erholung, die oft nach einer längeren Krankschreibung eintritt, und zwar beim Wiedereintritt ins Alltagsleben und die Arbeitswelt. Denn natürlich hat sich in der Regel nicht viel verändert. Der Job ist immer noch genauso fordernd wie vorher. Die Familienpflichten sind die gleichen. Und auch der Freundeskreis erwartet nach wie vor, dass man an bestimmten Treffen teilnimmt. Generell der Alltag erwartet, dass man ihm wieder zur Verfügung steht. Und so fangen die ganzen Informationen in Form von Aufgaben, vielleicht auch in Form von Erkenntnissen, in Form von Ansprüchen und Veranstaltungen und so weiter und so fort wieder an, auf die Betroffenen einzuprasseln. Theoretisch, wenn hier nichts passiert und während der Zeit der Krankschreibung oder der Zeit der Therapie und der Erholungsphase kein Erkenntnisprozess eingesetzt hat, dass es eben manchmal nötig ist, Kürze zu treten oder sich Ruhe zu gönnen, dann würde hier theoretisch das ganze Spiel wieder von vorne losgehen und innerhalb von kürzester Zeit würde sich ein Overload, so wie der erste Overload, von dem ich gerade gesprochen habe, einfach wiederholen. Meistens ist das aber nicht der Fall. Weil die meisten Betroffenen und wenn du gerade an diesem Punkt bist, dann verstehst du wahrscheinlich genau, wovon ich spreche, eben doch zu so einigen Erkenntnissen kommen, wenn sie nach ihrem ersten Overload das erste Mal auch eine richtige Pause gemacht haben. Das Gefühl für den eigenen Körper, für den eigenen Geist und was wirkliche Entspannung und Ruhe und Ausgeruhtheit ist, ist nämlich wieder vorhanden. Und dementsprechend kannst du jetzt wahrscheinlich auch viel, viel schneller ausmachen, wenn dich irgendwas stresst, wenn du ein paar viel zu anstrengende Tage hattest und wann du eigentlich dringend eine Pause bräuchtest. Du bist also inzwischen schlauer und erfahrener als beim ersten Overload. Wahrscheinlich fängst du jetzt schon viel früher an zu sortieren, nämlich in dem Moment, wo du merkst, dass bestimmte Einflüsse, bestimmte Informationen, die auf dich einprasseln, unangenehm sind, dich stressen, oder einfach viel zu viel Energie fordern und wirst dich vielleicht auch schon zähneknirschend dazu entscheiden, die eine oder andere Sache fallen zu lassen und das Risiko einzugehen, dass dein Chef vielleicht sauer wird oder dein Freundeskreis empört ist, einfach nur, um das Gleichgewicht zu halten. Und vielleicht bist du jetzt sogar schon an dem Punkt, an dem du manchmal mal schon vorher weißt, dass irgendwas, was nächste Woche vielleicht erst auf dich zukommt, dir zu viel sein wird oder zumindestens, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du danach erst mal ganz schön im Eimer bist. vielleicht hast du dich in deinem Alltag inzwischen schon wieder ganz gut eingelebt, übst dich darin, dein Gleichgewicht zu halten und hast deswegen nur noch sogenannte Mini-Abstürze, also eine Überforderung aufgrund von zu vielen Einflüssen und Informationen, die auf dich eingeprasselt sind, die du aber, weil du jetzt schon sensibilisiert bist, viel, viel schneller wahrnimmst und, weil du weißt, was passiert, wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, auch bereit bist, dem viel schneller entgegenzutreten und entsprechend auch entgegenzuwirken, durch kleinere Korrekturen in deinem Alltagsleben oder durch eine kleinere Pause, die du dir zwischendurch einfach gönnst. In dieser Phase des Burnout, wenn schon so einige Erkenntnisse gepurzelt sind und ein gesundes und durchaus vernünftiges Empfinden für den eigenen Energiestatus, sage ich mal, entwickelt wurde, ist viel mit Ausprobieren verbunden und eben auch mit Isolation. Denn zum Nachdenken, Lösungen entwickeln und Ideen erfinden, die man dann ausprobieren kann, braucht man Ruhe und die Möglichkeit, die innere Stimme beziehungsweise das Bauchgefühl gut zu hören. Es ist ein bisschen dieses Try-and-Error-Prinzip. Und es hat damit zu tun, dass niemand außer dir so richtig wissen kann, wann genau deine Grenzen überschritten sind, wann genau dir alles zu viel wird und natürlich auch nicht, wie du da schnell wieder von runter kommst. Denn du bist ganz individuell und wirst für dich selber rausfinden, was dir am besten tut. In persischen Fabeln ist das das Geheimnis des Glücks. Einmal kam jemand zum persischen Waisen Nasruddin und stellte ihm folgende Frage. Was ist das Geheimnis des Glücks? Nasruddin überlegte eine Weile und antwortete dann, Das Geheimnis des Glücks ist ein gutes Urteilsvermögen. Aha! sagte der Mann. Und wie bekomme ich ein gutes Urteilsvermögen? Durch Erfahrung. Ja, ja, erwiderte der Mann. Aber wie erlange ich Erfahrung? Durch ein schlechtes Urteilsvermögen, war Nasrudins Antwort. Du siehst also, ausprobieren und testen gehört in so vielen Lebensbereichen dazu und es ist dein gutes Recht. Gerade im Burnout-Prozess. Um diese Zeit zu haben und um deine Ergebnisse auszuwerten, ist es manchmal einfach nötig, sich zu isolieren. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft in dieser Folge. Ich erlebe das sehr, sehr oft, dass Menschen im Burnout-Prozess, wenn sie das Bedürfnis bekommen, sich zu isolieren, ein unfassbar schlechtes Gewissen bekommen gegenüber ihren Angehörigen und Freunden und Arbeitgebern und so weiter und so fort. Vielleicht liegt es daran, dass in unserer Zeit immer alles verfügbar ist, 24 Stunden am Tag und dass unsere Zeit so etwas wie Ruhepausen, vor allem Ruhepausen, die alle Menschen betreffen, eigentlich kaum noch kennt. Irgendjemand ist immer wach, irgendjemand arbeitet immer, irgendjemand will auch immer irgendwas und so kommt es eben schnell zu diesem Trugschluss, dass die meisten Menschen wirklich denken, erstens, wenn ich das Bedürfnis nach Isolation habe und mich zurückziehe und vielleicht auch mal für zwei, drei Wochen mit niemandem reden will, dann ist irgendwas nicht in Ordnung mit mir und der zweite große Irrtum ist eben, dass Menschen, die mich dafür kritisieren, dass ich mir das Recht rausnehme, mich auch mal zwei oder drei Wochen nur um mich selber zu kümmern, wenn ich das brauche, dass sie eben Ansprüche stellen dürfen und immer wieder mit den Verpflichtungen an der Tür klopfen dürfen und Vorwürfe machen dürfen, einfach nur, weil wir vielleicht gerade mal mit uns selber beschäftigt sind und nicht zur Verfügung stehen. Mithilfe der letzten Folgen, in denen das ja sehr gut aufgedröselt wird, was dein Unterbewusstsein so macht und wie viele Informationen es eigentlich jeden Tag verarbeiten muss und so weiter. Und mit der heutigen Folge sollte es ein bisschen einfacher werden, dem Umfeld, also deinem Umfeld, egal wem, zu erklären, warum du nicht mehr, so wie früher, auf allen Hochzeiten tanzen möchtest. Auch hier hast du wieder die Möglichkeit, Menschen auszusortieren, die ohnehin giftig für dich sind. Ich habe darüber in Staffel 1, Folge 6 und auch in Staffel 2, Folge 2 schon mal gesprochen. Toxische Menschen sind Menschen, die deine gesundheitlichen und auch deine persönlich-menschlichen Grenzen nicht respektieren und dich für eigene Zwecke einfach sehr, sehr gerne verheizen. Das ist eben das Gute daran, wenn du dich entscheidest, dein Ding durchzuziehen und wenn du das Gefühl hast, dass du das brauchst, dich auch mal zu isolieren. Menschen, die dich lieben, egal ob in Familie oder im Freundeskreis, Menschen, die dich respektieren, egal ob im Familien- oder Freundeskreis oder auf Arbeit, die werden verstehen, wenn du ihnen erklärst, dass du einfach das Gefühl hast, dass du total im Overload steckst und dass du Ruhe brauchst und dass du dich sortieren willst. Diese Menschen werden dich darin bestärken. Sie werden dich vielleicht sogar fragen, wie sie dir dabei helfen können. Ja, vor allem aber werden sie das respektieren und sie werden dir vermitteln, dass, wenn du fertig bist, mit dich ausruhen und dich sortieren, dass sie dann trotzdem noch da sind und dass sie sich freuen werden, dich wiederzusehen. Menschen, die auf deinen Wunsch nach Isolation mit Herabwürdigung, Vorwürfen und Druck reagieren, sind Menschen, die du dir nochmal ganz genau angucken solltest. Denn diese Menschen wollen wahrscheinlich nicht dein Bestes. Und wahrscheinlich sind es auch genau diese Menschen, die regelmäßig in gar nicht so geringem Umfang dazu beitragen, dass du überhaupt dieses Gefühl eines absoluten Overloads von Informationen und Ansprüchen und Anforderungen bekommst. Bei dir zu sein und dein Leben nicht wie im Zeitraffer die ganze Zeit nur vorbeiziehen zu sehen, ist dein Recht und es ist gesund. Der Wunsch nach Isolation an sich, wenn er nicht einhergeht mit dem Gefühl, dass das ganze Leben keinen Sinn mehr macht oder vielleicht sogar mit Suizidgedanken. Wenn das so ist, musst du dir Hilfe suchen, auf jeden Fall. Das hat dann auch mit einem Overload nichts mehr zu tun, sondern das ist dann wirklich eine waschechte, ziemlich tiefgreifende Depression, die einer Behandlung bedarf. Aber solange du eben nur das Bedürfnis hast, dich zu ordnen, und mehr von deinem Leben zu haben, in dem du eben wirklich im Hier und Jetzt sein kannst und es auch ein bisschen genießen kannst und nicht immer nur das Gefühl haben willst, dass alles auf dich einprasselt und du durchgängig mit dem Fuß auf dem Gaspedal stehen musst, damit du überhaupt deinem Alltagsleben gerecht werden kannst, ist also in Ordnung. Und meiner Meinung nach ist es auch mutig in der heutigen Zeit und lobenswert, wenn du dich dazu durchringen kannst. Und genau deswegen lautet heute das Mantra der Woche Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich laufe, dann laufe ich. Wenn ich trinke, dann trinke ich. Das Geheimnis der Zufriedenheit Es kamen einmal ein paar Suchende zu einem alten Zen-Meister. Meister, fragte einer von ihnen, was tust du, um glücklich und zufrieden zu sein? Ich wäre auch so gerne so glücklich wie du. Der Alte antwortete mit einem milden Lächeln. Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Die Fragenden schauten etwas betreten in die Runde. Einer platzte heraus. Bitte, treib keinen Spott mit uns. Was du sagst, tun wir auch. Wir schlafen, essen und gehen. Aber wir sind nicht glücklich. Was ist also dein Geheimnis? Es kam die gleiche Antwort. Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Die Unruhe und den Unmut der Suchenden betrachtend, fügte der Meister nach einer Weile hinzu. Sicher liegt auch ihr. Und ihr geht auch und ihr esst. Aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans Aufstehen. Während ihr aufsteht, überlegt ihr, wohin ihr geht. Und während ihr geht, fragt ihr euch, was ihr essen werdet. So sind eure Gedanken ständig woanders und nicht da, wo ihr gerade seid. In dem Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft, der Gegenwart, findet das eigentliche Leben statt. Lasst euch auf diesen nicht messbaren Augenblick ganz ein und ihr habt die Chance, wirklich glücklich und zufrieden zu sein. Schlussendlich ist es normal, Konflikte zu haben und hin- und hergerissen zu sein zwischen dem Ruhewunsch und den Verpflichtungen, die das Leben so mit sich bringt. Und leider habe ich heute für dich keine einfache und allgemeingültige Lösung, sondern nur den Rat, keine Angst davor zu haben, Entscheidungen zu treffen, die gut für dich sind und auch nicht davor, dich für dich zu entscheiden, so oft du kannst. Ich persönlich habe inzwischen übrigens sogar einen Isolationsort gefunden. Eine Holzhütte, die einsam irgendwo im Grünen steht und tatsächlich auch nur ein Plumpsklo besitzt. Dort klingelt kein Telefon, fährt kein Auto, hört kein Nachbar superlaut Musik, gibt es keine Termine, die ich wahrnehmen muss. Und seit ich diesen Ort gefunden habe, heißt es für mich sehr, sehr regelmäßig Bye-bye Alltagswelt, Bye-bye große Kreuzungen, Bye-bye 24 Stunden am Tag, Action und Hallo Bienchen, Blümchen und Bären pflücken. Isolation und der Wunsch, nur bei sich sein zu dürfen, ist gesund und ist völlig in Ordnung. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und gönn dir die Ruhe, die du brauchst. Deine Susi 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 Deine Susi